Der BOSS 2000 Alpin ist der Ladewagen für die hohen Ansprüche im alpinen Raum. Eine saubere Futteraufnahme, die optimale Hangtauglichkeit und das komfortable Arbeiten sind die wesentlichen Elemente, die den BOSS 2000 Alpin ausmachen. Er ist die richtige Wahl, wenn es um Präzision im alpinen Gelände geht. Die Erzeugung von qualitativ hochwertigem Grundfutter stellt die Basis für jeden Grünlandbetrieb dar. Daher besitzt die Pendel-Pickup des BOSS 2000 Alpin eine Aufnahmebreite von 1800 mm nach Dinn, wobei die fünf Zinkenträger über eine Kurvenbahn aus Stahl gesteuert werden. Sie sorgt für eine saubere und zuverlässige Aufnahme des Ernteguts, auch bei schwierigen Verhältnissen. Die Aufhängung der Pickup ermöglicht einen Querpendelweg von 120 mm. Zusätzlich kann die Pickup in Fahrtrichtung nach unten auspendeln. Was eine saubere Aufnahme auch in tiefen Senken oder über Kuppen garantiert. Ein optionales Tastradfahrwerk hinter der Pickup sorgt für zuverlässige Höhenführung bei kopiertem Gelände oder schützt vor Einsinken der seitlichen Tasträder in die Traktorspur. Das klassische Förderschwingen-Ladeaggregat Supermatic des BOSS 2000 Alpin realisiert eine hohe Futterschonung bei besonders geringem Leistungsbedarf. Dieses System ist besonders schonend bei der Futterweitergabe, da die Förderschwingen aktiv waagrecht herausgezogen werden und dadurch kein Futter mitgezogen wird. Je nach Erntegut können wahlweise zwischen 0 und 16 Messer eingesetzt werden. Dies ermöglicht Ihnen volle Einsatzflexibilität in allen Futterarten und sichert höchste Futterqualität. Die Einzelmessersicherung schützt das Futter vor der Zerkleinerung von Fremdkörpern und beugt so Verletzungen im Verdauungstrakt der Tiere vor. Der BOSS 2000 Alpin wurde für kleinere Traktoren und für die hohen Ansprüche im alpinen Raum besonders leicht konzipiert. Ein niedriger Schwerpunkt ist fester Bestandteil des BOSS 2000 Alpin, um eine gute Handtauglichkeit zu gewährleisten. Zusätzlich bietet ein robustes Fahrgestell mit breiter Bereifung und gebremster Achse ausreichende Sicherheit in steilem Gelände. In der Saison können die Erntetage lang werden. Umso wichtiger ist es, die Arbeit mit dem Ladewagen so komfortabel und angenehm wie möglich zu gestalten. Der Dörrfutteraufbau des BOSS 2000 Alpin ist serienmäßig mechanisch klappbar. Diese Funktion dient der Reduktion der Gesamthöhe und eignet sich besonders für niedrige Durchfahrten. Um den Entladevorgang auch in niedrigen Stallgebäuden erfolgreich zu erledigen, verfügt die Heckklappe über eine optionale Rückwandfixierung. Je länger der Tag dauert, desto wichtiger sind die Komfortfeatures. Daher lässt sich der BOSS 2000 Alpin genau auf Ihre Bedürfnisse hin ausstatten. Von der einfachen Basic-Line-Vorwahlschaltung über eine erweiterte Variante Select-Line-Vorwahlsteuerung bis hin zur Profi-Line-Komfortsteuerung. Erfolgreicher mit Pettinger WDR 2021 WDR 2021 WDR 2021 WDR 2021